Hallihallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Demons Quest. Wir sind gerade auf der Weltkarte und wollen endlich mal erfolgreich sein. Wir haben im letzten Part Level 2, 3, 4 angefangen und sind leider nirgendwo weiter gekommen. Deshalb wollen wir heute mal versuchen erfolgreicher zu sein. Und genau aus diesem Grund betrete ich Level 2 nochmal, weil ich mir eigentlich denke, hier muss irgendwo was sein. Es kann ja nicht sein, dass hier irgendwie so gar nichts ist. Deshalb dachte ich mir, ich erforsche nochmal so ein bisschen. Und irgendwie ist hier doch nichts, ich weiß es nicht. Irgendwie bin ich so... Keine Ahnung, ich weiß es nicht, was es hier in diesem Level gibt. Oh, jetzt warte, jetzt will ich noch diese Vasen ab... Genau das. Bong, 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 bong. Keine Ahnung. Ich bin überfallen, ich weiß nicht, was es hier so gibt. Keine Ahnung, ich... Oh. Ha! Ja, das ist ja witzig, man hätte... Oh Gott. Man hätte einfach mal weitergeben sollen, ne? Mhm. Das ist so wieder typisch für mich, ey. Sensationell. Aua, nein. Witzig. Oh Gott, ich trau mich. Was ist das hier überhaupt, wo wir sind? Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Schiffdinger, ne? Wum, 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 wum. Lieber schon alles zerschnittern, ohne dass wir... Oh Gott, Geister, 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 ich will dich. Biss dich. Weg. Oh Gott. Oh Gott, noch mehr Geister. Also ich mache nicht den Fehler und wühlen wieder so schnell wie die letzte Matte, dass ich jetzt einfach durchrenne wie so ein Wahnsinniger. Diesmal mache ich das mit... bisschen mehr... Vorsicht. Bevor hier irgendwas passiert. Und Moment, da ist was. Nein! Scheiße! Ich will jetzt mal... Ach, jau! Kann man das einsetzen? Genau. Aber funktioniert nicht, ne? Nein. Scheiße. Ach, das sind die verschiedenen, okay. Aber hier komme ich nicht weiter, ne? Hm. Das ist gerade irgendwie wieder so viel zu viel auf einmal für mich, ey. Ich bin schon wieder... Uah, geh weg. Maßlos überfordert. Piss dich. Das ist jetzt hier... ...bam, bam, 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 bam. Stirb einfach. Das gefällt mir schon wieder gar nicht hier. Komm, drauf, 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 Der wirft, der Sack. Oh, nee, das gefällt mir gar nicht. Nein. Da unten ist da was? Nee, da ist nichts, ne? Ach, du heilige Scheiße, ey. Nein, da oben ist auch noch so einer. Uah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh um über oben rüber scheiße schätze 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 oh gottes willen alter das ist alles andere als einfach wie knapp das ist ohne witz wie knapp das ist und er hält irgendwie so utopisch aus das gefällt mir nicht katsch 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 aber immerhin kommen wir mal weiter ist mal ganz gut ja das habe ich mir gedacht ich bin genau in mich rein da sag ich bin gleich schon wieder tot ja tot noch mal noch mal man hier fang ich wieder an genau das ist dieser wurftyp direkt hier an oh mein gott ach du kacke ey das ist echt so was macht er jetzt hilft er und hilft er nicht fliegen einfach jetzt mal hier oben lang so gut der ist weg piss dich du wacker ist schön oben lang wo uns keiner stört so und jetzt sind wir glaube ich wieder da ne gut neue runde zwei treffer darf ich mir erlauben dann bin ich tot oh mein gott ey das ist echt nicht einfach so knapp immer ohne wird ich hab eher das gefühl der boss übelst viel von glück ab ich weiß es nicht ist mein gott wenn wir weiterkommen das wäre nämlich schön so knapp immer so knapp so knapp so knapp nein nichts da nichts hier einspringen ja genau und voll erwischt immer wieder kaputt einfach geht einfach kaputt ich muss einfach den gefallen und stirbt ja genau und schon wieder rein ich habe ich doch wieder nicht jetzt habe ich doch wieder nicht das ist doch nichts ist doch nichts wie soll ich den kaputt kriegen weiß ich hält zu viel aus der hält zu viel aus was ich machen könnte ich habe wieder so ein trank so wie viel energie gibt das wieder alles klar vielleicht schaffe ich jetzt habe ich da übrig stirbt bitte ein bank probes glättingen ja jetzt gott alter alter ich bin jetzt schon wieder am ende meiner kreft und das war es jetzt jetzt habe ich das platt gemacht aber im endeffekt nichts dafür bekommen was sollte das jetzt denn ich verstehe es nicht also ich will mir jetzt erst mal so ein neues trinkchen dingen wieder stopp 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 naja gut aber ich weiß nicht ich weiß ja noch nicht nur so wirklich hier worum es überhaupt geht also bist du noch mal willkommen beim reisen nein 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 das ist ein tolles krank dinge taget uns ja das müsste der trinkt noch sein oder kommen beim schwarzen lotus werden welchen willst du ja ich glaube ich glaube ich glaube ich nicht so weiter geht es und wird zurück muss ich sagen wir betreten direkt mal level 3 man hat sich ja letztes mal schon machen wollte aber diesmal machen muss ja mein energie punkt mehr dann gucken wir mal ein bisschen besser anstellen als letztes immer diesen doofen wohnen können wir gar nicht kaputt wenn wir nichts passieren kann alles ungefährlich ist was ja das können wir anders kaputt machen wir genau den doofen wohnen können wir nicht kaputt ich auch den doofen da kriegen wir nicht kaputt ne oder oder wie komme ich da an den dran da kommen wir nicht versuchen da kommen wir nicht dran an den ne ich weiß nicht wie sie dann an dieser am pulle von kommen und und im moment ich muss überlegen genau einfach weiter jetzt kommt jetzt kommt dieses wasser dingen ne im moment mal ne im moment mal wir sind doch woanders ne ok oder unten gefällt mir wieder nicht äh pisse dich alter das gefällt mir da unten nicht ich trau mich da unten nicht dran an die dinger ich hab's euch schön langsam schön langsam geh kaputt geh kaputt fick dich dann ja ne ist klar ist klare so nein runter 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 direkt irgendwas wow wow alter jetzt wird's übel einfach schnell weiter rennen was ist das denn jetzt schon wieder hä was passt der wald brennt ja schön das macht erstmal direkt was wieder auf der Kerl dass der wald brennt aber ich geh davon aus dass ich das da oben natürlich nicht berühren darf ne natürlich fällt jetzt noch feuerbomben wird klar muss ich gucken wie das irgendwie das muster ist von diesem feuerbuch deine dicke alles klar ach so schön ach so schön das kommt da unten das kommt aua aua du gehst kaputt du gehst kaputt danke so hm vergeset hier gehen wir direkt weiter dann schießen wir schnell ab oder irgendwie auf okay kaputt 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 sehr schön nein ich wollte unten drunter laufen verdammt nein warum habe ich den jetzt geschossen kriegt gibt's doch nicht so jetzt müssen wir gucken wo es weiter geht ja boss schon wieder ja epico ein feuerboss so wie es aussieht ne ja klar alles klar wir machen jetzt mal mit dem hier hmm spinnt sie doch wohl scheiße niederbörst nächster bör Piss dich. Ey, Kackvögel. Wow. Ich sollte lieber mal einen Trank nehmen. Einsetzen. Nein, einsetzen, einsetzen, einsetzen. Einsetzen, bitte. Kann ich den Trank nicht irgendwie einsetzen? Mann. Ach nee, ich hab ihn ja, ne? Ich bin so klug, ich bin so klug. Toll. Hätten schon längst gehabt und... Nein, du Sack. Nein. Komm, geh kaputt, geh kaputt. Leide. Du Scheißvieh. Nein, nein, nein. Alter. Nein. Oh Gott, wie knapp. Na, komm. Oh, Alter. Wie soll ich das denn schaffen, dem auszuweichen? Nee, das kannst du doch vergessen. Wie soll ich dem denn ausweichen? Nochmal. Wobei, ohne Ampulle schaffe ich das nicht. Ohne diese Ampulle kann ich das, glaube ich, völlig vergessen. Also ohne so mal einen Trank. Nee, ich hätte eigentlich zur Weltkarte zurückgehen müssen und mir einen Trank holen müssen. Was ist das da oben? Komm ich da dran, hallo? Nicht dran, ne? Komm, schießen wir das erstmal. Boom, 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 boom. Ne, nö, ich weiß nicht. So, weiter geht's, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Dann schießt du den. Aber ich glaube, ich habe woanders gestartet, ne? Weil der Himmel brennt nicht. Gong und rüber. Und schnell rüber. Sehr schön. Bin ich schon wieder beim Boss? Jo. Okay, das ging zügig. Guck mal mal, ob wir hier rein können. Ne, können wir nicht rein, Gott. Versuchen wir es mal wieder. Vergiss es. Aber irgendwas läuft da hier falsch, ne? Also irgendwas ist hier, glaube ich, so... Alter, piss dich. No way. Fickt euch. So. Also, ich weiß ja nicht, ob das gewollt ist, dass der Himmel jetzt irgendwie da so weg ist. Aua. Aua. Ne. Nein, nein, das wird doch schon wieder nichts. Ne. Nein, nein. Was ist denn dieser Blattzauber? Den kann ich nicht einsetzen. Nein, nein. Das war's kaputt. Tot. Zur Weltkarte. Welt auszählen. Das wird nichts. Ich schaff den ohne Tränke nicht. Gut, aber wir sind schon mal vorangekommen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal wichtig. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, denn dieser Part ist nun vorbei. Auf, ihr seid beim nächsten Part von Demon's Quest. Oh, wieder mit dabei. Wir müssen ja diese blöden Flammtüge ordentlich in den Arsch treten werden. Macht's gut und... Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.